Welcome back! Welcome back! So, wir beide, die jetzt stehen, machen ein auf Minecraft-Jackers und werden jetzt sterben. Auf geht's! Ich frag mich echt, ob die mich erkennen. Ach, die erkenne ich bestimmt nicht. Ich meine, die haben zwar vier Beine, aber du hast auch viel Geek. Das ist doch schon mal was. Bei Christian wird es jetzt besonders interessant, da Christian nun aussieht wie ein Creeper und wir versuchen ihn jetzt unter seine Artgenossen zu mischen. Wir hoffen, dass er nicht stirbt durch diesen Creeper, aber ich werde diesen Creeper jetzt aggressiv angreifen, damit er explodiert und nicht sterben kann. Ich hab von irgendwas angegriffen, Hilfe. Ich wurde runtergekickt. Äh, pass auf, Paul. Du hättest lieber am Haus bleiben sollen, weil du jetzt sterben wirst. Was uns eigentlich die ganze Aufnahme versauen könnte. Paul, siehst du, wie ich gerade von dieser Spinne getötet werde? Hey. Ich will nicht die zuerst töten. Okay, wir versuchen, was einfach gegen die Spinne. Ey, wir haben die Spinne besiegt. Unglaublich. Unglaublich. Ich spür mir das die ganze Zeit. Wow. Stürb, Skelett. Stürb. Ey, Paul, film mich. Ich bin gleich tot. Film mich. Okay, ich film mich. Nein, Tom, nein. Warum? Nee, nee, nee. Skelett, Skelette. Tom ist tot. Yay, Ziel erreicht. Warum? Nein, warum nur? Ich kann immer noch reden. So, das Gute ist, wenn man bei Minecraft stirbt, wird man sozusagen respawned. Das ist ein englischer Begriff. Und das bedeutet so viel wie, man wird wiederbelebt. Renne, Christian, renne, Scheiße. Du hast vielleicht versucht, nicht zu treffen. Wir sehen hier 10.000 Teile. Oh, 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 ich bin fast... Okay. Gucken wir an, die Christian versucht zu flüchten. Ihr habt in Part 1 mitbekommen, dass wir in jeder Wohnung ein Bett haben. Das ist sozusagen unser Spawnpoint. Wenn wir sterben, werden wir in unserem Bett wiederbelebt. Sehr praktische Sache. Ja, sehr praktisch. So, ja, Paul. Ich suche mal einen Creeper. Oh, dreh dich um, ich bin wieder da! Ja! Ich habe noch ein Herz, das ist nicht toll. Ein Herz, yeah! Hallo, Creeper, komm zu mir! Und es macht Boom! Wir haben einen Boom gehört. Und es macht Boom gemacht. Okay, wir haben keinen Boom gehört, weil es auf diese Aufnahme gar nicht drauf ist. Oh, da ist ein Skelett! Stirb, Skelett! Ich habe ein Skelett getötet. Ich will auch sterben. Nein, du musst... Nein! Ich... Wir müssen alle beenden. Wie soll ich das Ganze überleben mit einem Herz, verdammt? Du kannst zeigen, wie du wiedergespawnt wirst. Guck mal, oder? Du zeigst, wie ich sterbe. Ich zeig, wie du stirbst. Sieht lustiger aus. Dann machen wir das als Outtaker. Ja! Süß! Süß! So, ich denke mal, das reicht,이다, oder? Das reicht zum Sterben! Ich besiegel jetzt! Hast du aber noch nicht gestorben, Christian? Ich bin doch schon tot, ich bin wieder da, hey! Hey! Okay, dann würd ich sagen, wir verabschieden uns! mit dieser lustigen kleinen Episode des krassen Minecraft Let's Shows together with our famous Star-Guest Christian! Checker-Fetish. Gut, ich spring dann in den Tod. Ich hoffe, ich sterbe daran. Nicht, dass ich noch ein halbes Herz habe, dann ist es wer sich... Ich greife eine Spinne an. Yay! Yo! So, respawn. Wo wäre ich gespawned? In Flo's Apart. Ja, da wo du zuletzt gestorben warst, deswegen. Leute, dann würde ich sagen, haut da rein, oder? Yeah! So, ja! So, ja! Vielen Dank.